Daniela Katzenberger ist bekannt für ihr lockeres Mundwerk. Die Katze hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und wirkt stets gut gelaunt. Doch das war nicht immer so. In ihrer Kindheit musste sie einiges einstecken. Sie ist bekannt für ihre Fröhlichkeit und Schlagfertigkeit. Doch Daniela Katzenberger hatte es nicht immer leicht. Unglaublich, was sie jetzt verraten hat? Ihre Kindheit war alles andere als paradiesisch. Sie war einsam, verzweifelt und wurde gemobbt. Ihre Eltern boten damals kein liebevolles Umfeld. Vater Jürgen trank, misshandelte seine Frau Iris klein und verließ die Familie, als die Katze gerade drei Jahre alt war. Außerdem arbeitete ihre Mutter regelmäßig Nachtschicht, war tagsüber dementsprechend völlig erschöpft. Morgens war sie überhaupt nicht ansprechbar, klagt Dani. Hinzu kam, dass Iris häufig den Partner wechselte. Mama war oft verheiratet. Wir sind oft umgezogen. Ich hatte viele, viele Stiefväter, sagt Daniela heute. Daniela Katzenberger wurde von ihren Mitschülern gemobbt. Trost und glückliche Momente fand sie leider auch nicht in der Schule, wo sie von ihren Mitschülern schikaniert wurde. Ich war die Sorte Schülerin, die gute Noten hatte, ganz vorne saß und mit Papierkügelchen abgeschossen wurde. Auch Kaugummi wurde mir ins Haar geschmiert, gibt sie zu. Für ihre Tochter und ihre Beziehung will sie es besser machen. Auch wenn nicht immer alles rund läuft, Sophia ihren eigenen Kopf durchsetzen will oder sie sich mit ihrem Schatz Lukas Cordalis streitet, sie versucht, für beide da zu sein. Toll, zumal sie selbst nie perfekte Vorbilder hatte. Soll. Sollt. Sollt. Vielen Dank.